Samstagabend geben wir letztendlich rund über 10'000 Zuschauer ein Traumgoal in der 26. Minute. Dann gibt es einen verschlossenen Penalty. Der Mundwiller wird eingewechselt, darf spielen und eine rote Karte gehört auch noch dazu. Alles für ein super Drehbuch. Doch Zürich ist nicht Hollywood und darum gibt es kein Happy End für den Stahlklub. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ein bisschen... Wir haben keinen Respekt für diesen Luzern. Aber ich denke, wir müssen ein bisschen mehr Kraft machen. Wir spielen bei Hause. Wenn wir in Hause spielen, wir verlieren. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich bin sprachlos. Ich habe das Gefühl, es ist eher umgekehrt. Die Leute kommen rein und die Punkte holen. Niemand kribbelt es. Niemand stört es. Das ist einfach scheisse. Es ist schwierig, den richtigen Vorteil zu finden. Es ist einfach so. Wir haben uns, wie immer, sehr viel vorgenommen. Es fehlt an Charakter. Es fehlt an irgendetwas. Die erste Halbzeit haben wir so verschlafen, dass wir den Sieg gar nicht verdient haben. Luzern wollte den Sieg mehr. Für uns war klar, dass wir zu Hause mit unseren Fans mehr wollen. Von der Situation, in der wir sind und die Saison, in der wir spielen, wäre das unglaublich wichtig gewesen. Aber wir waren nicht da. Und wieso, weiss ich nicht.